Bekuspi schuldig gesprochen, Hollywood feiert Urteil Ihm drohen möglicherweise bis zu 30 Jahre Hintergittern, Bekuspi, 80, wurde jetzt im Prozess um den Missbrauch von in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das hat eine Jury innerhalb von nur zwei Tagen entschieden. Dass der Schauspieler nun für seine Handlungen bestraft wird, wird von einigen Hollywood-Größen teilweise frenetisch gefeiert. Sie äußerten im Netz jetzt ihre Genugtuung. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gaben einige Filmstars Star-Themens zu dem Urteil im Cuspi-Prozess ab. Schauspielerin und Regisseurin Elisabeth Banks, 44, die durch Filme wie Pitch Perfect oder Spiedermann bekannt wurde, twitterte, endlich ein bisschen Gerechtigkeit für die Opfer von. Mögen sie heute ein wenig Frieden finden. Dazu setzte sie noch den Haastag schuldig in Großbuchstaben. Auch Schauspielerin, 47, bezog Stellung zu dem Fall und erklärte, in einem passenden Ende des Sexual-Alt-Avariness-Monats wurde heute schuldig gesprochen. Ich denke an all die Frauen, die er in den letzten 50 Jahren traumatisiert hat. Andere Stars, wie Crystal Teigen, 32, Jesse Haag-Astein, 41, oder Kelsia Handler, 43, pflichteten dem ebenfalls bei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017